... doch ich hab hin und wieder Probleme mit meinen Düsen. Ja, Professor, lass mal jetzt etwas mehr, als wir wissen wollten, aber es war ein ganz schöner Übergang. Meine Damen und Herren, der Geruch, ein Thema, geht jeder zur Stilette, darüber sprechen wir nicht gern, aber, was soll ich sagen, normalerweise haben wir solche Systemaufgaben, wie so die Bevorragung, weil ich kann mir helfen. Professor Professor, bitte, das ist wie ich doch will, und ich weiß nicht, was er nicht, er wird ja eben bei Kurve, der gibt einen Lufofilter so.